Crewmate Statistisch gesehen Könnte Franzi jetzt Imposter sein Okay Entweder war das ein Franzi-Move Fünf Stops Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Kill, kill Kill, kill, kill Du weißt, dass ich tot bin Kill Was ist denn heute? Heute passieren Sachen Das ist nicht wahr Ding Dong, der Wechsel ist tot Ne, doch Oh, Nefi, das Lied ist schon wieder richtig gut Noch mal fünf Subs Und ich weiß, dass jemand gewendet ist Nefi war zuerst tot Ich hab da was gehört Also Items Hat mit mir links Alarm auf Nein, die Wahl war nur verbuggt Also er hat einfach getrollt Okay, bis gleich Hey, ihr habt nichts gesehen Hallo Flo, Flo, Flo 50 Rollen und ich werd Truemate Oh, warte mal Ich mach keine Tars, ich will der First Kill werden Gib mir fünf Subs Gib mir fünf Subs Ich will fünf Subs Fünf Subs, fünf Subs Ich will Subs Ich will Subs Ich will Subs Subs, 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 Subs Submit Subs Ich will Subs, 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 Subs Wo würde der erste Kill passieren? Unten wahrscheinlich Komm Kill mich Kill mich Nein? Okay Subs, 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 Subs Kill mich Kill mich Fuck Das wollte ich nicht Drück doch Kill Mann Es war die 50-50 Chance Er hätt Kill drücken können Mann Oh, ich kann so tun, als ob ich Imposter wäre Vielleicht tötet er mich dann Komm, tötet er mich Ich will von meinem eigenen Teammate getötet werden Mann Jetzt ist bestimmt schon ein Kill passiert Ach Mann Balu ist tot Da hat Balu gekillt Das muss Balu gewesen sein Äh, Dalu gewesen sein Der wurde weggecleant Der war hier Gut, dass du ihn gefunden hast Wir haben einen Cleaner Wir haben einen Cleaner-Pärchen Balu ist schon gecleant Der ist tot, aber gecleant Oh, Balu ist noch nicht Ach so, doch Balu war halt gecleant Deswegen Ich war beim ersten Mal dran So, oh, ist doch noch keiner tot Dann bin ich wieder hin Weil ich dachte Hä, war da nicht was grau? Wo ist die Leiche? Main Hall Wo? Main Hall Also knapp hinter der Tür Da ist ja dieser Raum nach unten Wo man den Knopf manchmal hat Die Tast, da liegt er drin Da wird Power Main Hall Okay Genau Äh, den Kill an Dalu Kann in dem Moment Maxi nicht gemacht haben Und Neo nicht gemacht haben Knechti auch nicht Ich war nämlich in der Küche Bin dann hoch Knechti kam erst von unten aus Electric raus Ich auch nicht Potenziell gemacht haben Könnte den Kill Aber Franzi Wenn sie danach in Showers gelaufen ist Und rübergewendet zu Cargo Nach unten in Medic gelaufen ist Das würde vom Zeitlichen her passen Nee Ich bin aber nicht gewendet Ich bin durch die Toiletten gelaufen Äh, okay Das ist der Frühstück oder dein Gehirn? Das ist ein Döner Das ist ein Döner? Wo ist der Unterschied? Oh mein Gott Geil Alles klar Ich will unbedingt mal Also Er hat ein Dönerstück Sollen wir mal das komplette menschliche Komplette menschliche Anatomie erklären? Ich bin froh, dass du mich nicht gekötet hast Weil ich war rechts in der Ich hoffe, es heißt Bibliothek Wenn es nicht so heißt, dann haut mich Ich habe niemanden getroffen da oben gerade Du hast niemanden getroffen? Das ist aber eine wichtige Info Weil du warst in Records Ich habe Das bedeutet Ja, ich bin mir tatsächlich sicher Da ist auch niemand durchgelaufen Das hätte niemand durchlaufen können Von Showers nach oben Also ich habe oben Also in der Bibliothek habe ich niemanden gesehen Aber ich muss auch sagen Ich war fokussiert auf meine Aufgaben Okay, weil Franzi sagt gerade Dass sie da durchgelaufen ist Um zu Cargo zu kommen Ja gut, wenn du links oben stehst In Archiv siehst du halt rechts unten Man muss aber auch sagen Ich bin ja komplett durchgelaufen Ich war in der Dusche Habe die Dusche repariert Dann bin ich durch Archiv durchgelaufen An den Toiletten vorbei Durch Cargo Dann stand ich mit dir an Lifeline Und jetzt bin ich in Electric Also das Ganze ist ja auch ein bisschen was her Franzi Ja Ich hole mich dir Der sieht so lecker aus der Döner Jetzt weiß er, dass es ein Döner ist Ja, ich wollte es dann nicht Du kriegst ihn nicht beißen So viel Zwiebel, wenn ich ehrlich bin Du kriegst ihn Aber ich habe vermutet Dass du der Killer an Maloui warst Also auch in der Ecke warst Dann verzeh ich nicht Er wird Hunger Warum hat Knechti gesagt Ich bin froh, dass du mich nicht getötet hast Warum sagt Knechti sowas? Warum steht Julie AFK wieder hier rum? Gipi ist auch AFK Was ist denn da los? Ich habe es bekommen Flo, Flo, Flo Danke für deinen Sub an Vanessa Wir haben gerade gleichzeitig Kill gedrückt Wir haben uns gegenseitig gekillt What? Knechti und ich haben gleichzeitig Kill gedrückt Wir haben uns beide gleichzeitig weggefetzt Aber wirklich frame perfekt Hä? Alle Bösen haben sich gegenseitig beziehen Ja, das ist so gut Dalu hat nämlich Dalu hat bei Louis weggemacht Daraufhin habe ich Dalu weggemacht Und dann habe ich Knechti weggemacht Das war mies Es sind nur Böse gestorben Das war geil Imposte 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 Aber nice Knechti Wie geil ist das denn? Es sind nur Böse gestorben Ja genau Ich dachte auch Fuck Wir killen bei Louis Und Nephi kommen zurück Ich so Warum kommt er denn jetzt zurück? Weil ich Jekyll wurde Weil ich gesehen habe Ich habe sogar gecallt Bevor ich Baluis Rolle gesehen habe Dass du wahrscheinlich Sidekick warst Ich bin rumgelaufen Und bin an jedem Gesetze Und habe gesagt Gib mir fünf Subs Gib mir fünf Subs Gib mir fünf Subs Und Baluis Sidekick mich einfach Ich so Oh fuck Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Alle Bösen haben sich gegenseitig gekillt Das hatten wir noch nie Das hatten wir noch nie Das gab es da wirklich noch nicht Aber auch so clean Kein Crewmate ist gestorben Ja Imposte killt Dracal Neuer Dracal killt Imposte Imposte wird reported Imposte und Dracal killen sich gegenseitig Menschen zu Ende Knechti sagte noch so Ich bin froh dass du mich nicht gekillt hast Nee Wie so Hm Ich bin froh dass du mich дней Bis zum nächsten Mal zwei von oben Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.